In wenigen Wochen heißt es wieder herzlich willkommen auf einer der größten Fachmessen in Europa für Kfz-Teile und Zubehör, Reifen und Werkstattausrüstung und viele mehr. Ab dem 31. März in Stuttgart und ab dem 21. April in Berlin. Tickets dazu wie immer unter wm-werkstattmessen.de. Neben aktuellen Themen, Trends und Neuigkeiten des freien Automotive Markets erwartet Sie ein interessantes Rahmenprogramm. Fachvorträge im Rahmen der WM Akademie, Live-Vorführungen unserer Lieferanten, exklusive Produktvorstellungen und erstmalig eine Musterwerkstatt. Nutzen Sie die neu gestaltete WM Arena mit einem neuen Showkonzept und vielen Überraschungen zum Meet & Greet mit den wichtigsten Vertretern der Branche. Nehmen Sie an spannenden Gewinnspielen teil oder genießen Sie in exklusiver Atmosphäre den Austausch mit unseren Partnern und Mitarbeitern von WM im Rahmen Ihrer Werkstattmesse von WM Fahrzeugteile. Profitieren Sie vom Know-how der Spezialisten des freien Automotive Markets. Anmeldung und Teilnahmebedingungen für die Vorträge im Rahmen der WM Akademie auf unseren Frühjahrsmessen erhalten Sie direkt auf wm-werkstattmessen.de. Melden Sie sich ganz einfach mit Ihrem persönlichen WM-Login an, welchen Sie auch für Mein WM benutzen. Sie haben noch kein WM-Login? Dann registrieren Sie sich jetzt ganz einfach mit Ihrer WM-Kundennummer. Wählen Sie die Anzahl der Tickets aus, den Tag und die Uhrzeit, wann Sie Ihren Messebesuch planen. Ihre persönlichen Tickets stehen dann sofort zum Herunterladen bereit. Suchen Sie sich Ihre Lieblingsprämie aus unserer umfangreichen Prämienwelt aus und das entsprechend Ihrer Umsätze direkt auf unseren Messen oder auf prämien.wm.de. Vielleicht ein Werkstattradio von Teufel, Staubsauger von Dyson, iPhone 14, Kaffeemaschine von WMF und vieles, vieles mehr. So macht Messe-Shopping mit attraktiven Messepreisen richtig Laune. Wir freuen uns auf Sie und auf unsere Frühjahrsmessen in Stuttgart vom 31. März bis 2. April und in Berlin vom 21. bis 23. April.